Herzlich willkommen bei einer neuen Meditationsreise und heute werden wir etwas sehr intensives machen. Wir werden versuchen heute mal alte Dinge zu transformieren, loszulassen, an denen wir noch festhalten und auch schauen, die Gründe zu lösen, warum wir da festhalten und auch nach vorne schauen, damit quasi das, was gelöst wird, dass dein Durchfluss entsteht im Energiefeld. Das heißt, wir werden schauen, dass sich das Energiefeld heute bei dir öffnet und dass du in eine Kraft kommst, in eine Zufriedenheit reinkommst und gleichzeitig auch in einen energetischen Fluss, wo wirklich dann mal so die Energie dich nach vorne trägt. Und da lade ich dich jetzt schon mal herzlich dazu ein, also schließe einfach mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus und ganz tief nochmal ein und wieder aus. Und jetzt, pass mal auf, jetzt atmest du tief ein und hältst mal den Atem an. Du atmest nicht aus, du hältst den Atem an, bis du spürst, der will raus, es will frischer Atem rein. Aber du hältst so lange an, bis du wirklich dieses, bis es nicht mehr geht und du wirklich Luft holen musst. Und dann atmest du normal weiter. Und in diesem Anhalten, wie ist es dir da gegangen? Denn genau so bremst du auch deine Energie, wenn du an alten Dingen verhaftet bist, an alten Prozessen, die sich jetzt vielleicht schon überholen, an alten Dingen, an alten Denkmustern, die du jetzt nicht mehr benötigst. Und ich lade dich ein, nochmal tief einzuatmen und den Atem zu halten. Und während du den Atem anhältst, spür nochmal genau rein, dass da etwas blockiert, dass da etwas nicht stimmt. Und dann atme wieder aus und dann wieder ganz tief ein und wieder aus, ganz normal. Und spür mal, dass du, sobald du einatmest, dem Leben ein Ausatmen schuldest. Sobald du einatmest, schuldest du ein Ausatmen. Und das ist so der Rhythmus deines Atems. Und wenn du den Atem blockierst, fließt irgendwann die Lebensenergie nicht mehr. Und genauso ist es, wenn du in alten Dingen verhaftet bist. Ob das jetzt Erinnerungen sind, so deine Geschichte, deine individuelle Geschichte, ob das materielle Dinge sind, die du vielleicht schon abgeben solltest und dich lösen solltest. Wenn du an alten Dingen hängst, die sich überholt haben, dann ist es so, als würdest du nicht mehr ausatmen und es kann auch kein frischer Atem zu dir kommen. Und beginne jetzt mal, dich zurückzuerinnern, vielleicht an deine Großmutter oder Urgroßeltern, wenn du die kennst oder gekannt hattest. Und vielleicht kennst du das Gefühl, dass die sich gefreut haben oder gegenwärtig waren, wenn du bei ihnen warst oder bei deinen Großeltern oder bei der Großmutter warst. Und sonst waren die irgendwo früher in alten Erfahrungen gefangen. Und nun erlaube dir mal, eine Transformationsenergie in dich einzuladen und aufzunehmen. Transformationsenergie ist so dunkelviolett gemischt mit rosarot. Stell dir mal vor, violett-rosarot. Violett-rosarot. Und diese Energie, violett-rosarotes Licht, fließt jetzt mal in dein Energiefeld ein. Und genau dorthin, wo du in Aspekten hängst, wo du Altes festhältst. Ob das jetzt körperlich ist, ob das seelisch ist, ob das gedanklich ist, dieses transformative Licht fließt jetzt in dich ein. Es erlaubt dir, emotional flexibler zu werden, rational flexibler zu werden und auch in deinem Körper flexibler zu werden. Es räumt mit alten Verstrickungen und Verkettungen auf. Die Person, die du gewesen bist oder die du glaubst, aufgrund deiner Erfahrungen zu sein, darf sich jetzt transformieren. Also dein Eigenbild darf sich transformieren. Und du spürst jetzt auch, wie dieses violett-rosa-farbene Licht sich ganz in deinem Körper, in deinem System ausweitet. Und nun dürfen auch sämtliche Zukunftsbilder oder auch die Abwesenheit von Zukunftsbildern. Das heißt, das Feststeckende, das wenig Innovative, das Nicht-nach-vorne-denken-können, so die Fesseln und Ketten auch des Ahnensystems. Mangelnde Perspektiven, mangelndes Weiterdenken, mangelndes Vorausdenken oder eben auch Bilder oder Gedanken, die du vorausgedacht hast, die dir aber nicht mehr entsprechen. All das darf sich da jetzt transformieren in diesem dunkelvioletten, rosaroten Licht. Das fließt ganz von selber. Das heißt, da brauchst du nichts tun. Du bist jetzt an einem Ort, wo diese Transformationsenergie ganz selbstverständlich durch dich hindurch fließt, ganz selbstverständlich deine Anspannungen und Blockaden löst, auch diese Fixierungen des Denkens. Und erlaube mal, dass du dich auf jeder Ebene diesem transformativen Licht öffnest und auch sämtliche Erschöpfungen loslassen kannst. Du hörst jetzt auch auf, in die Zukunft zu fliehen oder dich in der Vergangenheit zu verstecken, sondern das Licht transformiert dich ganz klar und bringt auch all deine Energien gebündelt in die Gegenwart, gebündelt ins Hier und Jetzt. Und du erlaubst dir diesen Flow auch mehr und mehr zuzulassen. Und du erlaubst dir diesen Flow auch mehr und mehr zuzulassen. Und spür jetzt mal, wie durch dieses transformative Licht vor dir wie eine Tür geöffnet wird. Und durch diese Tür strahlt weißes Licht, helles, strahlendes, weißes Licht. Und dieses Licht berührt dich. Und durch diese Berührung des weißen Lichts, das fällt auf dein Haar, dein Gesicht, deinen Oberkörper, deine Hände, dein Becken, deine Füße. Durch diese Berührung des Lichts reinigst du dich nochmal. Sämtliche Anspannungen, sämtliche Blockierungen der Vergangenheit, der Zukunft, aber auch der Gegenwart lösen sich. Und du spürst, dass du weiter auf diese Tür zugehst, ohne dass du bewusst gehst. Du wirst richtig vom Leben, von deiner Lebensenergie in diese Tür, in diese Richtung, in dieses Licht, in Richtung des Lichts gezogen. Und du darfst jetzt deine Kontrolle abgeben, diesem Licht. Du stellst dein Leben jetzt in die Energie dieses weißen Lichts, dieses Lebenslichtes. Ich bitte nun, das sprichst du in dir. Ich bitte nun, dieses Licht in mein Leben zu integrieren. Ich bitte nun, alte Ängste, alte Verletzungen hinter mir zu lassen und ganz Teil dieses Lichts zu werden. Nicht um meiner Selbstwillen, sondern in der Energie dieses Lichts. Atme nun tief ein und wieder aus. Und erlaube jetzt diesem Licht, diesem Bewusstsein, dem du dich da jetzt auch unterordnest, dass du da jetzt einfließen lassen kannst, deine größte Blockade zu sehen. Die größte Blockierung, die größte Blockade, die dich daran hindert, ein erfülltes, glückliches, zufriedenes Leben zu leben. Und du kannst jetzt vielleicht eine Person sehen oder vielleicht siehst du eine Szene oder Bilder oder bekommst ein Gefühl für etwas. Und dann erlaube jetzt nochmal diesem violett-rosa-roten Licht, dieses Bild zu lösen, zu transformieren. Und dann atmest du tief ein und wieder aus, während sich dieses Bild löst. Und spüre jetzt mal, wie sich dieses Bild transformiert, auch dieses weiße Licht, auch diese Stellen, wo das Bild gewesen ist, füllt. Und ab diesem Zeitpunkt ändert jetzt dein Wettkampf, dein Wettlauf gegen die Zeit. Und du akzeptierst den göttlichen Fluss, ohne irgendwelche Deadlines oder irgendwelche Terminlichkeiten oder Stress. Du spürst, dass sich der Fluss der Lebensenergie in dir manifestiert und dass durch dich diese Lebensenergie zum Ausdruck gebracht wird. Und du atmest mal tief ein und wieder aus. Und tief ein und wieder aus. Und du spürst, dass du in dir klarer und ruhiger wirst. Und vielleicht auch einen Spur leerer, dass mehr Raum in dir ist. Jägliche Müdigkeit und Erschöpfung fällt von dir ab. Du kannst dir das vorstellen, als würdest du schwere Stiefel, schwere Schuhe ausziehen. Und du spürst, dass du lockerer wirst, dass du flexibler wirst. Und alles, was du abstreifst, transformiert sich weiter. Und nun lädt dich dieses violettrosa-rote Licht nochmal dazu ein. Alle gebundenen Energien zu dir zurückzuholen. Überall, wo du Verbindung hast, wo du Energien abgegeben hast, wie Batterien, die du hergeborgt hast, die kommen jetzt zu dir zurück. Und unnütze Verwicklungen, Verstrickungen werden getrennt. Und du spürst, dass du absolut zu dir kommst. Absolut in deine Grundenergie, in deine Kraft, in deine Würde, in deine Sicherheit. Und du atmest nochmal tief ein und wieder aus. Und gibst dir nochmal Zeit und Raum, um all diese gebundenen Energien wirklich zu dir zurückzuholen. Und vor allem auch, alle vergangenen Dinge endgültig loszulassen. Und du spürst Frieden und Vertrauen, ganz viel Kraft. Und du atmest jetzt mal tief ein und wieder aus und bewegst dich mal durch. Und erlaube dir auch, dass diese Energien weiterlaufen, dieses Loslassen weiterläuft, dieses violett-rosa-rote Licht weiterläuft. Und so immer mehr Platz für das weiße, neue Licht geschaffen wird. Bedank dich jetzt bei deinem höheren Selbst und auch bei deinen geistigen Helfern und Führern. Spür nochmal, dass hinter dir Tore verschlossen werden, dass vor dir Türen weit aufgehen. Und gehe ganz bewusst einen Schritt nach dem anderen in deine Zukunft. Du atmest nochmal tief ein und wieder aus. Bewegst deine Arme und Beine, streckst dich durch und kommst dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und wenn du dich wieder gut spüren kannst, dann kannst du dich an alles erinnern, was während dieser Reise geschehen ist. Und du öffnest deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt zurück. Wie ist es dir gegangen? Was hast du wahrgenommen? Hast du die Lichter gut spüren können? Wie fühlst du dich jetzt? Merkst du, dass sich was verändert hat? Ich freue mich schon auf deine Kommentare. Schreib es mir gerne unten rein. Und natürlich, wie immer, lass mir gerne einen Daumen hoch da. Abonnier den Kanal. Teil das Video. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Ereni. Tschüss, bis nächstes Mal. Aus dem wunderschönen Linz. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020